Herzlich Willkommen bei Art & Coaching. Heutiges Thema, ich nehme euch mal mit ins Atelier und ich zeige euch mal, wie so ein großes Bild entstehen kann. Nicht muss, also nicht all meine Bilder entstehen so, wie ihr das jetzt gleich sehen werdet. Mir geht es nur ein Stück weit darum, mal zu zeigen, auch Neues auszuprobieren. Mutig neue Wege gehen. Geht mal auf der Leinwand. Mutig, unbekannte, neue Wege. Ich weiß nicht, wohin der Weg mich führt auf der Leinwand und das ist ja gerade das Spannende. Ich gebe euch Brief und Siegel oder ich garantiere euch, in dem Augenblick, wo ihr auf der Leinwand neue, unbekannte Wege mutig geht, werdet ihr das auch im Alltag umsetzen. Das garantiere ich euch. Okay, viel Spaß und bis gleich. Tschüss. Musik Musik Das war's. 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 Das war's.